Zur heutigen Jubiläumsgala wird allerdings noch etwas dicker aufgetragen, als sonst z.B. jetzt mit Weltklasse-Clans-Hoch-Dreun. Bellonoc, Huschma-Husch und Fumagalli. Brrrr! 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 Brrrrrr... Brrrr! 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 Ich habe nichts. Keiner ist perfekt. Wow. Swarovski. Montecarlo. Plen Timoni. Wow. 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 Capuch. Capuch. Wow. Capuch. Wow. 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 Drei verschiedene Clown-Welten sind aufeinander getroffen. Gregori Knie auffallend, die Frisuren von diesen drei. Was meinst du, wie wichtig war unsere Marke? Zeichen wie solche Frisuren bei Clowns? Ja, die sind schon sehr wichtig. Das ist eigentlich ein Brand. Das ist eigentlich ein Branditer Poker. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.